Hallo ihr Lieben, heute wieder ein Untersetzer und ihr seht vielleicht schon, wer so ein bisschen meine Videos verfolgt hat. Ich habe ja immer aus Resten so Kleinigkeiten gegossen, wie Sternchen, die Herzen und auch die Muscheln und in unterschiedlichen Farben, je nachdem, was ich gerade gegossen hatte und habe dann das Ganze gesammelt, weil ich dann einfach dachte, machen wir doch was Schönes draus und das machen wir heute. Das heißt, wer schon die ganze Zeit immer gedacht hat, warum gießt sie das und deutet immer nur an und doch kommt jetzt das Ergebnis. Ich habe nämlich jetzt in der großen Form habe ich jetzt ein bisschen klares Harz reingegossen und sortiere jetzt so ein bisschen, wie es für mich jetzt rein äußerlich herpasst. Da sind ja alle möglichen Farben bei und wie gesagt eben halt auch drei unterschiedliche Formen, die ich gegossen habe. Es gibt auch Durchsichtige, die ich gegossen habe, da bin ich besonders gespannt, was dann für einen Effekt rauskommt. Ich habe es jetzt ohne den Handschuhen gemacht, weil irgendwie ich habe das Gefühl dafür nicht hinbekommen, habe aber eben auch das Harz selber so nicht angefasst. Also dementsprechend immer darauf achten, wenn ihr die Handschuhe auszieht, seid euch da sicher, dass dort das Ganze dann auch nicht berührt wird. Wie gesagt, Harz ist immer eine eigene Sache. Da unbedingt immer schlau machen, gerade welches Harz ihr auch nutzt, was für Braueraussetzungen hat dieses Harz dann und schützt euch da. Handschuhe sind das absolute Wichtigste. Dann eben halt auch eine Maske, da immer wieder kundig machen. Eben auch, wie viel braucht euer Harz, was ihr gerade nutzt. Und genau, und dann habe ich eben halt auch ganz viele Kleinigkeiten, wie glaube ich jeder, der irgendwie mit Epoxidharz arbeitet, der ist dann irgendwie sehr daran gebunden, dass sich dort ganz viele Sachen ansammeln. Bei mir fing es auch ganz klein an mit einer Silikonform für Untersetzer, mit einem Plastikbecher, mit einem Holzstäbchen zum Umrühren und ein paar Farben. Und das hauptsächlich so eine Mika-Farben. Und, aber wie gesagt, das ist halt unglaublich vielfältig. Ich habe mittlerweile so viel in meinem Schrank stehen, beziehungsweise es sind zwei Schränke. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind zwei Schränke. Es sind zwar zwei so eine Sideboard, also kleine Schränke, aber sie sind halt doch extrem gut gefüllt. Das heißt, eigentlich brüchte ich einen dritten Schrank. Einfach, um das auch wesentlich übersichtlicher zu sortieren. Und, aber gut, das muss jeder selber für sich schauen. Ich nutze halt viel die Untersetzer, beziehungsweise diese Großen. Die Großen habe ich zum Beispiel eben auch genutzt, um Blumen einzugießen. Und da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. Also, ich habe ganz viel auch auf dem YouTube-Kanal hier schon hochgeladen. Das heißt, ihr könnt da wirklich dann für euch einfach auch schauen. Und, vielleicht findet ihr da was auf meinem Kanal. Ihr könnt da nochmal ein bisschen schauen. Und, genau. Jetzt hier, wie gesagt, ist der Sache einfach erstmal nur das Sortieren. Falls ihr übrigens gerne nochmal ein bisschen mehr einfach zum Epoxidharz wissen wollt, wie rührt man, wie setzt man zusammen, auf was muss man achten und so weiter, dann sagt mir das gerne mal in den Kommentaren Bescheid oder was ihr vielleicht für konkrete Fragen habt. Dann versuche ich da nochmal ein extra Video draus zu machen und würde euch das dann gerne plausibler machen oder eben zeigen. Oder vielleicht habt ihr auch eine spontane Idee, wo ihr euch bisher nicht reingetraut habt und wollt dann einfach mal gucken, wie würde ich es jetzt umsetzen. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der gerne so DIY-Sets nimmt und sagt, ich gucke einfach mal, ob die gut funktionieren, die Sets, oder halt, ich probiere halt auch gerne, wenn ich irgendwo ein Video sehe von anderen YouTubern, TikTokern oder wie auch immer, um einfach zu schauen, funktioniert das wirklich so leicht, wie es da gerade dargestellt wird oder eben nicht. Und ich habe da viel Spaß dran, dann einfach zu schauen, was immer, weil ich einfach der Meinung bin, ich bin so grob motorisch veranlagt und glaube, wenn ich das kann, dann können das eigentlich alle. Weil ich wirklich, ich bin kein großes Talent, ich mache es nur unglaublich gerne und so fing es letztendlich auch an damals. Ich habe einfach mit Seifegießen angefangen, weil es Corona begonnen hat und das war auch eines meiner ersten Videos. Und also was zumindest das Basteln angeht. Ansonsten habe ich halt eigentlich 2017 mit Musik angefangen. Nämlich als ich immer bei Bands war und die dann dabei gefilmt habe, wie sie aufgetreten sind und ich da einfach gerade einfach meine Kamera dann auch bei hatte, wobei ich mit einer ganz kleinen alten angefangen hatte. Und jetzt habe ich eine etwas größere, eine etwas schönere, für mich zumindest. Und ja, jetzt hier bei dem Untersetzer, ich habe es das Ganze durchhärten lassen. Ich habe es aber auch nur ein paar Stunden, ich habe es jetzt nicht komplett durchhärten lassen, sondern wirklich einfach nur so weit, dass die kleinen Einzelteile dort nicht mehr hochschwimmen. Dann habe ich das Ganze wieder Harz angerührt und habe diesmal ein bisschen Farbe reingemacht. Ich hatte noch überlegt, ob ich es vielleicht transparent lasse, aber habe mich dann erstmal dagegen entschieden. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich das mache, dann probiere ich, dass es einfach alles komplett transparent bleibt, was ich glaube ich auch nicht schlecht finde. Und habe da schon eine Idee, wie ich es vielleicht noch machen könnte. Aber mal sehen, ob das gut funktioniert. Dementsprechend seid gespannt. Ich werde also wieder die Reste gießen. Vielleicht finde ich auch noch ein paar neue kleine Silikonformen, die ich dafür nutzen kann. Und ja, habe jetzt hier so ein bisschen gemerkt, dass mir das Harz ein bisschen zu wenig war und habe dann also dementsprechend das Ganze nochmal neu angemischt und habe vorher schon so ein bisschen geschaut, dass dort alles in die kleinen Lücken reinfließt, damit da keine Luftbläschen entstehen. So ein bisschen kann man ja die Luftbläschen verhindern oder rausmachen, wenn man dann eben mit dem Feuerzeug oder mit dem Heißluftfön nochmal drüber geht. Und ja, hier habe ich mich übrigens für ein fesches Grün entschieden. Ich bin so ein bisschen gerade auf dem Grüntrip. Ich finde das immer ganz spannend. Und ja, hatte dann Tatsache einfach noch so viel übrig, dass ich irgendwie dann noch in kleinere Formen das Ganze reingegossen habe. Ich mag ja auch dieses, ich bin ja so ein Ostsee-Strandtyp und mag eben halt auch die Sprache da oben sehr gerne, also den Dialekt des Plattdeutschen. Und liebe dieses Moin und auch einen Anker finde ich total toll. Und dadurch habe ich dann einfach nochmal kleinere Sachen gegossen. Ihr könnt mir übrigens gerne immer einen Kommentar hinterlassen. Ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft einen Daumen nach oben da lassen gerne. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen. Ich freue mich da einfach immer sehr drauf und mache das für mich Tatsache auch einfach als Hobby und freue mich einfach nur, wenn andere genauso dran Spaß haben am Basteln. und das gehört einfach irgendwie mit dazu. Ich finde, wer bastelt, der freut sich einfach, der schaut eben auch gerne Videos. Und ich versuche einfach Dinge, diesmal sind ein paar Dinge rausgeschnitten zwar, aber wirklich unwichtige Sachen wie das Anrühren und allem Drum und Dran. Ich habe jetzt einfach ganz viele Kleinigkeiten noch gegossen gehabt und mit denen werde ich auch etwas tun. Ich wollte einfach auch schauen, wie sie jetzt aussehen. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr zumindest an dem Video auf jeden Fall ein bisschen Freude dran habt. Ihr seht ganz zum Schluss noch das Ergebnis, nochmal aus der Form rausgeholt. Ich habe irgendwie nicht gefilmt, wie ich es aus der Form rausgeholt habe und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einfach zu ungedudig war und die Kamera nicht aufgebaut habe, weil ich es einfach sehen wollte. Und aber, dementsprechend ist das jetzt dann leider so passiert, aber ihr seht das Ergebnis trotzdem und ich finde es sehr, sehr schön geworden. Und deswegen glaube ich, werde ich da einfach mit diesen kleinen Teilen da nochmal so ein bisschen schauen. Hier übrigens so kleine Luftbläschen habe ich jetzt mit dem Feuerzeug ein bisschen rausgeholt, damit es halt ein bisschen ebenmäßiger, logischerweise da ist, die Luftbläschen nicht so dolle zu sehen sind. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis so wie mir und wünsche euch schon mal einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020